Willkommen auf der Schluchtenstrecke, Spyro. Mein Motor macht gerade Zicken, aber sprich mich noch mal an, wenn du die Strecke abgeschlossen hast. Okay, Spyro. Willst du mein Flugzeug ausprobieren? Ich hab's repariert und bin mir recht sicher, dass es nicht abstürzt. Okay, verstehe. Ich bin hier, wenn du deine Meinung änderst. Okay, Spyro. Hör gut zu. Ich werde das Flugzeug aus der Ferne lenken. Also musst du nur die Ziele mit dem Gewehr treffen. Drück Angriff zum Feuern, während du zielst. Hey, du hast dein Ziel verfehlt. Schon okay. Ist schwer, sie alle zu treffen. Hey, du hast alle Ziele getroffen. Das hast du deinem guten Piloten zu verdanken.